Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur weiteren Aufnahme vom Bestee 1.0 von dem PvP Projekt Die anderen Missgeburten haben wir gerade eben geschrieben, ja sie haben schon die Aufnahme gestartet Und dann schreiben sie Scherz, Leute, jetzt hab ich die Aufnahme auch gestartet, weil Burak ist noch nicht da, der kommt gleich wieder Gut Burak, ich hab die Aufnahme schon gestartet, weil die sind auch schon drauf und spielen Oh, alles klar Ja und das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und was machen wir in dieser Folge Burak Ich denke mal, wir werden uns an die Diamanten setzen Und wo fahren wir jetzt rum? Wir können ja hier mal die Öfen leeren Brauchst du noch Fleisch? Komm, hier hast du noch Fleisch Machen wir uns mal Eisen-Items Hast du Samen zufällig? Okay, 30 Stück reichen ja erstmal Hab noch da 11 Stück Danke Dann können wir uns nämlich hier ein bisschen Brot machen Ich setze hier noch meine Fackeln, damit es besser wächst Ähm Ich muss nochmal kurz Erde holen Das wichtigste ist das Eisenschwert, oder? Eigentlich eher das Diamantschwert Ja, aber wir haben ja noch keine Diamanten Ähm, Adi hat mir gesagt, dass Kevin uns schon gesehen hätte Also er hat mir vorhin erzählt, dass Dass ähm, Adi, keine Ahnung Äh, dass Kevin Irgendwie Uns Unser Versteck beobachtet hätte, oder sowas Hatte irgendwas gelabert Adi labert lang, wenn der Tag lang ist Ja, aber wenn es wirklich stimmt Und die haben uns schon gesehen Dann würde ich mal sagen Dass wir sobald wir Diamanten gefunden haben Unsere Position ändern Und woanders ein Lager aufschlagen, oder? Klar Okay, dann komm mal wieder rein Jetzt hab ich dir kein Eisenschwert gemacht Aber egal, das kannst du dir selbst machen Ja, ich hab aber kein Eisen Aber ich hab hier für dich Danke Ähm, kannst du mir kurz zwei Eisen geben? Ja, das reicht, das reicht, das reicht Komm, komm rein, dann mach ich die Tür zu Jo Oh, warte, wir müssen ein bisschen Holzfarm gehen Ja, okay, dann geh du mal Holzfarm Ich baue hier ein bisschen an der Farm weiter Und Meine Spitzhack ist kaputt Aber nicht meine Eisen Ähm So, das geht ja Eins, zwei, drei, vier Also können wir hier das auch noch wegmachen So Wir sind jetzt irgendwie grad ein bisschen süchtig Nach dem Projekt Weil wir es grad wieder aufnehmen Wir haben das letzte Mal Vor zwei Stunden oder so aufgenommen Naja, vor vier Stunden Ist schon episch Macht Spaß und so Ja, ist schon ein gutes Projekt Muss man mal sagen Also mir macht's auf jeden Fall Spaß Ich mein, sonst hätte ich das Projekt ja nicht Ähm, gestartet Beziehungsweise Das war ja eigentlich deine Idee Das Projekt, Burak, oder? Eigentlich, ja Weil Burak wollte Minecraft machen Und dann Hatte ich dann die Idee Und dann hatten wir so teilweise die Idee Ja, können wir ja PvP machen Und Das machen wir jetzt David wollen wir jetzt die Höhle erkunden Die wir vor dem Haus hatten Wo wir runterfallen können Können wir machen Wir haben inzwischen halt auch schon halb elf Ähm, egal Wochenende Okay Ähm Bist du bereit? Gehen wir runter? Aber ich mach dann hier wieder zu Wenn wir hier reingehen, oder? Klar Autsch Autsch Ich setze hier mal kurz eine Fackel hin Autsch Äh, nicht, dass ich dich jetzt schlage Ja, okay Ich bin weiter hinten Du kannst, du kannst abbauen Ich versuche mal hier ein bisschen weiter runter zu gehen Ähm So Alles, was wir brauchen, habe ich dabei Workbench, Holz, alles Mögliche Das ist gut Weil ich brauche nämlich Noch ein bisschen Holz Okay Ich habe noch Ich habe noch Zehn Fackeln Ich laufe hier mal nach vorne Und leuchte hier mal ein bisschen aus, okay? Nicht, dass irgendwie ein Creeper kommt Und uns tötet Weil das wäre echt das Ende vom Projekt Ach, scheiße, wo hat die Höhle endet hier? Echt jetzt? Die ist ganz klein, ja Egal, wenn hier ein bisschen Kohle Da hinten geht es noch weiter Ehrlich? Oh, hier geht es noch ziemlich viel Ja, komm, lass uns erstmal hier die Sachen abbauen Ja, ich bin gleich da Oh, lol Doch, das ist eine Sackgasse Das ist wieder eine Sackgasse Hier gibt es einen Monsterspawner Geil, man, leuchte den aus Da können wir eine XP-Farm draus bauen Dann können wir unsere Sachen, unsere Schwerter verzaubern Nö, das war einfach nur Wasser Achso Was du irgendwie zugemacht hast, glaube ich Achso, okay Aber sonst wäre das richtig geil Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist Oder normal bei dem Shader Ähm Dass wir nicht auf den Block draufhauen Der wird übel hell und erleuchtet So Als würde ich so erleuchtet werden Voll komisch irgendwie Ich weiß auch nicht Was das ist So, dann würde ich mal sagen Dann versuchen wir unser Glück Bei uns im Haus Also durch die Stufen einfach Ja Ich baue mich mal hier kurz hoch Du kannst ja schon bei den Stufen weiterbauen Ich baue hier noch die Kohle ab Hast du alles, alle Rohstoffe geholt? Mhm Okay, dann können wir rausgehen Daumen gibt es zwar noch Kohle Die hole ich gleich noch Mach das Ach komm Sorry Macht was Nee, Spaß macht nix Ähm Ja, komm, bauen wir uns hier gerade einfach hoch Sehr ruhig mal Äh Jetzt scheiß ich auch drauf Ja, gell So Unnötige Zeitverschwendung Ist immer so krass Wie die Blöcke immer erleuchtet werden Ey, jau Jetzt hast du mich zugebaut, Alter Ich bin so böse Oh, ich mach mir mal wieder eine neue Schaufel Burik, hast du noch ein bisschen Holz für mich Oder ein paar Sticks Kannst du mir mal abgeben Ähm Zack, 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 zack Danke Dann mach ich mir nämlich jetzt erstmal noch ein Schwert Und dann Mach ich mir eine Schaufel Falls die uns wirklich hier gesehen haben Können die uns ja eh noch nicht angreifen Ja, aber Ich schau mal kurz, wie lang die Aufnahme geht Ähm Wir haben nur noch Schutz Ähm Für 15 bis 20 Minuten, gell Bestellen sollten wir eigentlich auf Diamanten treffen Ja Weil die letzte Aufnahme ging so circa Okay, die ging nur eine halbe Stunde Wir haben sogar noch ein bisschen mehr Zeit Setz mal hier wieder eine Fackel hin Wir müssen halt schauen, dass wir Dass wir vielleicht Ähm Irgendwie gucken Dass wir hier die Namen von denen nicht sehen Weil wenn wir die irgendwo sehen Dann sneaken wir einfach schnell Weil sonst wird es einfach viel zu riskant Vor allem die sind nämlich zu dritt Also ich hab das nochmal abgeklärt Mit denen Ähm Das geht klar, dass es Dass wir halt einen Tod mehr sozusagen haben Dass wir Das wird an uns Ich hab das nochmal abgeklärt Weil sonst wäre das auch ein bisschen ungerecht Finde ich zumindest Bin ich ganz deiner Meinung Aber wenn wir hier die ganze Zeit in der Höhle sind Können wir gar nicht mal einen schönen Shader ausnutzen Weil hier in der Höhle Da macht es den nur ein bisschen dunkler Ich schau mal kurz auf welcher Höhe wir sind Diesmal Muss ich wieder Wir sind auf Höhe 30 Da muss mich Ich hör doch Wasser Ich mach mal kurz meinen Ingame Sound Lauter Ach ich bin so dumm Ich hab Ich hatte meinen Ton bei meinem Headset irgendwie leise eingestellt Das mach ich dann mal Äh laut Äh leise eingestellt Ich glaub das kommt von der Seite Wow Geh mir nicht immer in die Spitzhacke rein alter Das macht aber Spaß Das ist genau vor uns Oder hier Oder vielleicht über uns Guck mal da vorne ist noch Eisen Vielleicht irgendwo unter uns Boah wir kommen übelst näher alter Nicht dein Ernst Was ist Oh nö Ach guck mal hier ist noch Cola Die haben wir übersehen Wow ich möchte da jetzt nicht ins Loch reinfallen So Guck mal hier ist noch voll viel Kohle Die kannst du doch alle mitnehmen Hast du das Wasser Hast du irgendwie eine Höhle oder sowas gefunden? Das weiß ich allerdings nicht Weil ich hab jetzt irgendwie echt Bock auf Diamanten zu stoßen Weil laut Adi hat auch gemeint Ja sie haben schon voll viele Sachen und so Aber ich glaub das den irgendwie nicht Mich auch nicht Aber naja Gehen wir mal weiter Einfach die Treppe ein bisschen weiter runter Ja wir sind ja erst auch für 40 Da haben wir noch ein bisschen was zu tun 40 waren es gerade nicht eben 30 Äh 30 genau 30 Ja jetzt sind wir wahrscheinlich nur noch auf Keine Ahnung 25 Okay Essen hab ich eigentlich noch genug Ich ess mal Okay Ich ess noch nichts Oh da unten ist ne Höhle Wow Geil Redstone gefunden Pass auf hier ist ziemlich viel Lava Ich denk Redstone brauchen wir jetzt erstmal nicht Oh Ähm kannst du Okay ich hab noch ein paar Sticks Dann mach ich nämlich nochmal ein paar Fackeln Da ist Lapis Lazuli Ach du Scheiße Boah Junge Ich fände die Gewaltige jetzt mal meine Shift-Taste Ich leuchte mal ein bisschen aus Ich geh nochmal in die andere Richtung Ey hier sieht gut aus Hier könnten wir echt Diamanten finden Nice man Okay hier ist ne Sackgaste Ich baue jetzt hier mal kurz die Cola noch ab Weißt du was mich richtig ankotzt Was Die Steine werden später gesetzt wegen den Lacks Bei mir nicht Bei mir leckt es irgendwie überhaupt nicht Ich weiß auch nicht an was das liegt Ja ich bin ja gerade am Video hochladen Aber es leckt halt nur wenig Bei mir läuft alles flüssig und ich nehm auf Das ist die Hauptsache Alter ich höre ja schon wieder Lava In die Richtung in die ich mich gebaut habe Ist hier schon glaube ich schon wieder Lava oder was Alter ich ist 100 pro Lava Ich höre jetzt durchlaut Ist überall Lava ja What the fuck Die kommt da raus Die kommt da raus Die kommt da raus Ey scheiß Bin ich gefährdet Ne man Die kommt doch nicht raus Das ist nur Wasser was da rauskommt Aber ich sagte da kommt Wasser gut Lava Nicht gut Versuchen Ich habe jetzt hier noch eine neue Höhle gefunden Burak Ich geh mal Ja ich guck hier ob das Hinter dem Dirt versteckt sich meist eine andere Höhle Ja hier was ist hinterm Kies Ey yo Habt ihr ein Zombie gehört Ey das ist so ein kleine So ein kleine Schlucht oder sowas Oha guck mal Burak komm mal hier zu mir Hier ist ein Zombie Ich muss sagen Monster habe ich bis jetzt erst reichlich wenig gesehen In dem Shader sieht die Lava auch so komisch aus Aber jetzt eher im positiven Sinne gemeint Hier ist auch noch Redstone Ich baue das jetzt erstmal hier ab Ich laufe permanent nur mit Schiff drum Alter Ich habe hier eine richtig geile Höhle gefunden Hier finden wir 100% Diamanten Ich sag's dir Fuck Meine Spitzsack ist tot Mach mir mal schnell eine neue Meine ist auch gleich tot Kannst du noch eine für mich mitmachen? Jo Ich habe nämlich keine Werkbank Diamonds Oh fuck Die haben Diamanten gefunden Das vor uns Mist Oh lol ich hatte sogar eine Ein Schwert für dich gemacht Ich habe nämlich keine differentiate